so herzlich willkommen zum nächsten vlog ich habe das wieder hier jetzt nicht durchgeplant also vollkommen spontan von meiner spontan seite die nicht existiert und ja also das soll jetzt kein blog sein wo ich kommentare wie eigentlich auch sonst sondern hier werde ich ein paar neue infos preis geben die auf den kanal jetzt kommen werden und sogar schon eingetroffen sind glaube ich und zwar werden jetzt nicht mehr jeden tag minecraft folgen kommen also das normale singleplayer let's play sondern von montag also es werden montag mittwoch und freitag also dreimal in der woche werden folge kommen die werden allerdings dann 20 minuten oder so gehen also werden nicht nur 10 minuten sondern 15 20 minuten muss ich noch überlegen so werden die gehen denn ich habe jetzt jetzt ich habe es nicht immer zeit jeden tag ein video hochzuladen ist auch ein bisschen bisschen anstrengend so dann am wochenende wird dann immer mw2 kommen da wir sind ja schon ein paar folgen rausgekommen da werden ich und nils entweder spielen auch mit ein paar anderen freunden noch oder halt online oder so werden wir dann spielen die werden dann auf jeden fall am wochenende kommen oder es kann auch seine sehr unter der woche kommen es kommt darauf an wie wir lust haben aufzunehmen jetzt am anfang werden wahrscheinlich auch unter der woche kommen und ja dienstags und donnerstag wird nils was machen da wissen wir genau was er noch macht es wird glaube ich nicht minecraft sein also irgendein anderes spiel also ihr seht wir weichen auch von minecraft ab um unsere zuschau kapazität ein bisschen vielleicht irgendwie auszuweiten vielleicht mögen ja manche nicht nur minecraft sondern auch mw2 oder so und ja gibt es noch irgendwas zu sagen ich habe mir gerade eben fangkuchen gemacht ist leider nicht so gut ausgegangen denn sind ein bisschen schwarz geworden die pfanne ist ein bisschen zu heiß geworden ich werde mal profi koch ja und ja jetzt noch irgendwas zu sagen ich glaube nicht ach so ja das gewinnspiel also es kann ja noch 200 abo special es gibt ja noch ein gewinnspiel und das wird dann auch da werde ich auch noch ein video raus bringen zur info also ihr werdet dann nichts verpassen ist wird bei dem gewinnspiel werden glaubt drei plätze oder zwei plätze je nachdem und zwar mit paysafe karten werden wir dann verlosen und zwar erster platz müssen noch gucken wie viel 10 20 euro also es lohnt sich auf jeden fall und was ihr dafür tun müsst das erfahrt ihr noch dann müsst uns auch noch was überlegen und ja gibt es noch irgendwas zu sagen nils ist scheiße ja das war es eigentlich und ja dann würde ich sagen bedanke ich mich fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten vlog das wahrscheinlich auch relativ bald kommen wird also bis dann noch nicht